Willkommen zu Part 9 von unserem Let's Play Together Minecraft Loey! Und lo 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 Ja wir haben jetzt unsere Hühnerfarm fertig und... keine Ahnung... Guckt's einfach ein! Wir warmeln gerade ein bisschen zombie Gleich, um uns das jetzt zu quatschen Damit wir auf komischen Viechern uns dagegen treten können Ja und über das Feedback würden wir uns freuen Daumen hoch, wenn's euch gefällt Das Like, was euch nicht gefällt Ja, und daumen runter wenn's euch gefällt Mhhh, wir müssen irgendwann ein geiles Haus bauen, das ist scheiße Das ist episch Ja Hier bei den Hühner hoch Hier hol ich da das Lederhäuserbrot Ah, genau, das ist scheiße Leute, wir haben morgen... Warte, wir haben... Aufdruck Kannst du aufhören? Was? Ich hab mal... Guck mal... Guck mal... Ich hab auch hier einen Oh, da sind viele Oh, da sind viele Oh, wir fangen so... Die tun alle... Als wäre der Wasserlaufdings... Äh... Würde der die nach DART ziehen Die gehen alle nach DART Guck mal... Peter, du brauchst nicht irgendwas kaputt schlagen Und nicht einfach nur Ei sein Ich hab dir auch schon mal was... Ich bin auch gezeigt Ich bin schneller als Peter Und man kann nicht einfach... Äh... Soll ich mal um, Max? Ja, ich bin besser Hallo... Hier sind geile Gänge Ehhh... Ich bin auch... Ich bin... Ich bin eine von Fausten Ja... Lass es... Nein, ich hab... Haltes Herz Ja... Äh... Jetzt hab ich schon Drei Wenn du mal kurz Ei... Willst, hast du gleich Drei Papa... Du huu... 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 Gib mein Wort gleich her Hey, mach zu spacken Da ist das Wort gleich Gib mir mal mein Schwert und sowas zurück Ich hab nichts mehr dir eingedammelt Es geht da jetzt hinter dir Leid Hey, das ist bei mir unsichtbar Ey, wer greift mich an? Mein Fleisch, mein Fleisch hast du auch geklacht Wohl mir zum... Wer hat mich da nie gerissen? Ich hab nie Fleisch von dir geklacht Doch, 16, das hat's zu leiden Ja, ich hab's zu leiden Ja, ich hab's zu leiden Ja, ich hab's zu leiden Dann hab ich's von dir ausgesammelt Ja, ja, tu nicht so, tu nicht so Du hast mich doch recht frei getötet Damit du mein Fleisch bekommst Ich weiß, Vater Ich wollt gar nicht dein Wolfsbeid mal so austesten Oder so Welche Wolfsbeid? Ich hab's zu leiden 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 Ja, ich weiß Du wolltest damit entkommen Ja Deshalb hab ich dich auch getötet Max Du hattest noch zwei Schilder von mir Ich hab's zu leiden Ich hab's zu leiden Ich hab's zu leiden Nein, die geb ich jetzt nie wieder her Weil meine Schilder sind wertvoll Und wir füllen uns hier nur noch neuen Brotzen Warte, du hast mein Brot Du könnt mir ein Brot wussbar Gib mir ein Brot Gib mir ein Brot Mein Brot ist so leid Ich könnt's nicht essen Jetzt wollte ich's essen Und ich will schon Ah, da braucht jemand rein Und wird da gleich noch rausgebracht Das Fell wenn ich das kreibe So, nach einer kurzen Unterbrechung ging's weiter Mein Vater kam rein Und ich war gelegt Und das war Pizzatei Ja, aber das hat niemand gehört Das war eher der Warnkopf Äh, ja Ja, da We did What the fuck is pizza time? Dieser kann man keine Schilder stecken Du solltest ja alles decken können. Ja. Schlafen? Schlafen? Nee. Nee, du lass mal stecken. Du bist wirklich gar nicht schwul an, Max, gell? Nee, du lass mal stecken. Lass mal reinstecken. Lass mal reinstecken. Steifen. Lass mal reinstecken. Schlafen? 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 Was machen wir als nächstes für ein Bike? Kann man nicht überhaupt ein Bike machen? Wir können ja auch mal Holzfragen in dieser Haus verbessern. Dann hab ich ja die ganze Zeit reiches gemacht. Scheiße, du bist blöd. Wir brauchen eine automatische Weizenfarmer. Wir haben keine Präsentation. Und keine Eisen und Nix. Wir gehen in diese... Ich würd sagen, wir gehen in diese Riechen-Epic-Höle. Ja. Aber erst nachdem wir gefrühstückt haben. Weil sonst ist Scheiße. Wenn wir unterbrechen müssen. Wir brauchen noch viel Eiweiß. Scheiße, du bist dabei. Ja, ich weiß. Einfach immer noch so danken. Ja. So. Für den Iron-Golden. So. Ja, wir brauchen jetzt auch einen Iron-Golden. Ja, aber das sind viele Iron-Blocks. Hallo? Die können ja auch mal alles. Dann sind wir voll erbenden. Was ist das creepy? Peter, warum zu wippen? Der wie war's hatten, Boss? Der App ist gerade gehört. Das hat niemand gehört. Ja, ich hatte voll ehrlich an den App. Ich hätte grüße euch nicht. Ich hatte noch eine Steinspitzhacke. Meine gute Steinspitzhacke. Alter, bist du du? Willst du schneiden? Nein. Hast du nicht meine Steinspitzhacke? Irgendwenn. Ja, kommen wir kurz rein, Max. Wo rein? Ja, lass mich. Alter, wie viel hast du bekommen? Ja, jetzt hab ich ja elf. Woher wusstest du, dass ich da drin bin? Ja, hab ich ja gar nicht gesehen. Ich hab's ja gar nicht gesehen. Ich hab's ja gar nicht gesehen. Ich bin hier hinten. Ich hab kurz die Fackel ausgemischt. Ich hab's ja mit dem Wallis-Baum. Ich hab's wohl genug. Da braucht man mehr Rose. Also Leaves und so. Ich weiß ja. Ich hab's ja kurz vor. Was braucht man alles für einen einen Block? Äh, Block. Äh, Leaves. Also so Liani und Rose. Rose oben. Und äh, Leaves. Okay, ich hab's so gemacht, dass es für zwei Schweinebikes reicht. Also wir brauchen eigentlich noch ein bisschen mehr Leder und dann Leder fahren, dann kannst du mal Leder fahren, damit wir zwei Schweinebikes haben. Zumileder, gell? Ja, das ist doch Leder. Ich will ja auch ein Spinnen-Bike machen. Spinnen-Bike, genau. Mit Spinnen-Augen. Das wollte ich aber machen. Na, du pisst euch alles von meiner Idee. Das ist liebe Seiden. Also, ich fahre dann mal Spinnen. Oh. Und jetzt sind wir auch noch irgendwo ein Spinnen-Banny. Gut, dass du bei mir Spinnen-Augen fahren. Warum gibt's eigentlich kein Slime-Bike? Wir machen die Bikes einfach. Wir tun die untereinander tauschen. Nicht jeder hat ein eigenes Bike. Scheiße, die sind da einfach rausgekommen. Wie lange nehmen wir schon auf? Wie lange? Sieben Minuten. Und durch die Anbrechung nehmen wir noch fünf Minuten auf. Und so haben die noch Zeit. Macht das irgendeine Scheiße. Weil die könnt ihr auch machen könnten? Vielleicht musst du so eine kleine Anzeige sagen, wenn man steht. Wir lernen, wenn man schon aufkommt. Was wärst du, was wir auch machen könnten? Das ist das Einzige, was das Film steht. Was könnten wir auch machen? Ein Ding-Bike. Was für ein Bike? So eins. So eins. So eins. Cooles Zeichen. Geil wie normal. Zombie. Nein, nicht Zombies. Die sind geil, wenn die fliegen können. Rennt ihr Bike. Da brauchst du aber auch Winter-Sampling. Ja, da brauchst man Winter-Sampling. Aber Trollololo. Ja, willst du das? Dann klimmelt man einfach und dann kann man fliegen. Das mach ich mir. Ich mach mir kein Schwein-Bike. Ich mach mir ein Reindeer-Bike. Schiff-Bike. Pony-Bike. 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 Pony-Bike ist immer auch das Beste, wenn man mit Junkern kann. Ja, das kann auch fliegen. けど ein плохiger someday. Genau so wie-Rendier! Randyr... Randyr muss man aber nur Dings tatsächlich machen. Gregenbübeln Ja, jetzt haben wir gebrochen Regen mit dem Kacken. Das ist richtig. Mach mal schneller. Zombie, vielleicht brauchen wir. Komm schon, Dieter, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Zombie, vielleicht brauchen wir. Blark! Ey, die haben mich unterbauen, wer dich hier gerade bauen wollte, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Oh, Dieter, ich kann ihr jetzt nicht helfen. Wir sind nicht mal in deiner Nähe. So, jetzt muss ich Wutzi-Sammens haben. Was brauchen wir? Schneedammens. Wutzi-Sammens. War nicht beim NPC-Dorf, war da Schnee? Kann sein. Guck. Ich glaube, da war nur ein Dschungel, oder? Ja, aber vielleicht ist dahinter auch noch ein bisschen Schnee gut. Auch kein Fahrrad. Könnten wir auch benutzen für Schneeguhle. Vor allem, weil die so richtig sind. Die Schneeguhle. Die brauchen wir unbedingt. Aber wir sind schon ein Gängste, wir kümmern uns gerade nur um die Bikes und so. Ja. Anstatt uns ein Haus zu bauen oder so. Aber egal. Ja, Haus und so kommt dann später. Vielleicht glaube ich nicht. Jetzt erst mal ein Bikenheim. Später können wir dann voll geile Sachen machen. Weil die echt nützlich sind solche Bikes. Ja. Manche. Nur Fliegenbikes. Fliegenbikes. Ja, das hätte mal Freetag oder so. Creeper-Bikes sind welche der schlechtesten. Ja, aber die Creeper explodieren zwar, wenn man sie schlägt oder so die Creeper-Bikes. Aber die hinterlassen keinen TNT-Schlüssel, sondern nur Schaden. Also, Damage am Player. Oder andere machen wir noch. Ja. Und das blöde Sandel, ich dafür auch möglichst viel TNT. Ja, das bringt's nicht. Oh, hier ist ein Ozean. Ey, komm. Hier ist ein Ozean. Ey, komm. Oh, nee. Voll. Alter. Special Tag. Mit Blickback. Yeah. Noch mehr. Mhhh. Ich hab Zuckergras gefunden. Schuppercase. Schuppercase. Warte, wir müssen uns um was vielleicht brauchst du. Äh, du brauchst jetzt recht. Ich brauch keins mehr. Wieso brauch ich? Mit dem Weigwild brauchst du 28. Oh, muss ich ja noch 8 haben. Ah, unsichtbare Kaktüsse. Scheiße. Kaktüsse. Ja. Nimm dich in 8. Aber ich bin schon mal in der Kaktüsse. Und? Oh, das muss ich ja noch 8 haben. Oh, das muss ich ja noch 8 haben. Ich hab ihn entschärft. Den Bomben. 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 So, jetzt geh ich über den Ozean bei Kurbeln. So blöd das mit so modern aufnahmen. Ich geh noch kreuzer, um mir ein Ding zu craften im Boot. Ja, das ist die neue Schwimmanimation. Und wenn ich jetzt sprinte, dann ist es noch schneller oder schneller. Geile Insel. Ja, sehr gut. Das ist gut. Und zum Beispiel nur wegen der Schwimmanimation. Es wird es. Ja. Dann sind die Tage da. Jump, jump, jump. Also ja, ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Ob wir noch einen Split Screen machen sollen. Also noch eine zweite Aufnahme. Oder ob wir es so lassen sollen mit einem Bildschirm. Jetzt screenen wir am Anfang da halt ein bisschen fail, weil wir uns einfach schneiden lassen können. Und jetzt sind mega viele Lichtbugs. Ja, mal lollo. Dann aber hier sind auch solche... Wo die Lava nicht leuchtet. Nein, so wie du es geil findest. So Plattformen. So Schattenbugs, gell? Nein. Nein. So Plattformen, was noch drunter geht. Wir haben alles frei. Wo noch drunter frei ist. Aber es ist nicht so ewig schaffig. Es ist so ewig schaffig. Es ist so ewig schaffig. Nichts hat er schon hier sein Fluss. Und da drin. Und sie klingeln, klingeln, klingeln. Na, Uhrenkuchen. Ja, Uhrenkuchen. Uhren und Uhrenkuchen. Ich hab keinen Schwerpunkt noch. Ich hab fast... Die Aufnahme wird... Warte. Wir haben 20 begonnen. Jetzt wird es packen. Wir können aber jetzt nicht pausieren, weil ich will den... Dürgen, groben, nach einem Schreiber und so auf Scheiße! Ich bin nirgendwo gestorben. Und mein Falscherf, unser Vater kommt. Unser Vater. Aufnahme. Also ja. Ich bin jetzt gerade gestorben, versuche mal Sachen zu finden. Wir müssen gleich frühstücken, ein bisschen fail, also nur noch bis ich meine Sachen gefunden habe und dann die Erdfilteraufnahme. Nur noch, dass ihr kurz seht, ich hier episch durch die Landschaft. Mit geilen Schankfehlern. Peter, du steigst bei mir in ein Schankloch. Du kannst noch immer spielen, Peter. Ich brenne mir gerade das... Genau, so ein Flash und dieser. Ich schaffe es nicht, meine Sachen zu finden. Ich hatte voll viel dabei. Auch dabei waren ein Sattel und ein Brust. Scheiße! Scheiße! Könnt ihr wieder die geile Fluganimation sehen? Peter Pan. Warum sagst du da einmal Peter Pan? Der fliegt auch so! Superman ist viel besser. Superman ist es. Nicht Peter Pan. Du meinst du für Creeple? Alter ist so wie ich. Also... Ich bin Peter Pan. Ich lege mich jeden Tag noch an. So können wir auch auf Bikes fliegen. Dann machen wir uns eigentlich kein Hühnchen, falls sie ist doch LOL. Weil wir noch keine hohen Ebenen haben und wir hier gerade die ganze Zeit auf Flightraste. Ja, wir brauchen keinen. Ach ja, hier sind epische Berge. Scheiße! Ich hätte eine höchstgeile Idee, was wir machen könnten. Scheiße! Warum bist du Scheiße? Nein! Scheiße! Ich will keine guten Ideen machen. Es wäre geil. In Minecraft könnte man mit Hühnchen, also mit Huhnbike, was ganz Spezielles machen. Ich würde Eier legen. Das wäre geil. Ich glaube die legen manchmal Eier. Aber Jan, welches Bike war es nochmal? Ja, Bunny Bike. Das verraten wir noch nicht. Bunny Bike legen immer Eier. Aber das ist übel zu Cheating. Ich find's Bunny Bikes eh. Die machen das überhaupt. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Und es ist was Wittiges passiert. Also die Bunny Bikes wirklich manchmal keine Eier, sondern TNT. Da braucht man nur Ei. Nein. Mega Cheating. Cheating aber egal. Okay, ich glaube ich habe einmal Sachen, die er benutzt, dass mein Rolls bleibt. Ein bisschen schneller voranzukommen. Ah, fiss dich alle. Fiss dich alle. Ja, habt ihr gesehen? Also das Wolf-Strike innerhalb von zwei Schlägen tötet den Monster. Ja, das ist voll Geld. Da können Creeper nicht mal explodieren. Ja, und jetzt beenden wir mal die Ausnahme und es geht an der Stelle dann nach dem Flüchtling weiter. Ja, passend kommt wieder alles abgestürzend. Mein Internet. Ja, bis gleich. Ja.